hallo willkommen bei kemsys zu einem neuen feature video ich möchte euch ein sehr großes tool ein mächtiges tool an die hand geben welches wir neu entwickelt haben für unsere konsole viele haben schon darüber gesprochen das sind die sogenannten group cues ihr wisst dass wir seit 2015 auch schon group fx unterstützen und diese gruppen effekte können einfach immer wieder mit lampen ausgestattet werden das problem war natürlich dass immer positionen farben zeiten und solche geschichten nicht mit gespeichert worden sondern wirklich nur der reine effekt nun ist es so dass wir uns überlegt haben das ganze so hinzukriegen für die festival bereiche für touring dass ihr einfach nur noch auf gruppen programmiert und ein nicht mehr auf hat numbers und ich zeige euch kurz wie das bisher aussieht wenn ich eine gruppe anwählt und diese dann in den programmer hole ich wähle diese gruppe an mache at full enter oder gesagt ich habe es entschuldigung ich habe hier eine andere einstellung ihr seht jetzt hier die sind gerade etwas verschwunden ihr werdet gleich sehen warum und wenn ich jetzt in meinem programmer herein gehe dann habe ich hier alle einzelnen kopfnummer das heißt wenn ich jetzt was hinzufüge dann muss ich dir auch anpassen in den farben in allen in allen sachen oder ich muss sie kopieren das braucht ihr nicht mehr ihr braucht nicht mehr kopieren ihr braucht nicht mehr morphen zeige euch jetzt die neue funktion die momentan noch im test modus ist also wenn ihr im setup wenn ihr ins setup geht und hier auf q storage haben wir eine neue funktion die heißt group queues group queues wie ihr seht ist noch im test modus wir werden aber in kürze eine neue stable rausbringen in dieses table wird dann group queues freigeschaltet ihr könnt natürlich schon in der beta benutzen bitte noch nicht in einer show wir haben hier in den einstellungen bei group queues vier verschiedene einstellungen disable heißt einfach programmiert so wie immer da ändert sich nix wir haben prefer group queues das heißt hier werden nur group queues gespeichert wir haben group queues warning ist das heißt wenn ihr kein group queues habt werdet ihr von der konsole gewarnt achtung ja und wir haben group queues only tschuldigung das erste ist prefer group queues das heißt ihr macht ihr speichert group queues könnt aber zum beispiel wenn ihr 101 at macht dann habt ihr kopf nummer eins und könnt den auch einzeln speichern das heißt ihr könnt grupp queues speichern aber auch einzelne köpfe ich zeige euch das ganze jetzt mal mit nur group queues only damit ihr seht was passiert nehmen wir mal an wir kommen zu unserer ersten venue und unsere unsere erste stage und wir haben in dieser stage sechs spots hier haben wir jetzt show mk3 spots und ich programmiere eine kleine queue liste mit diesen spots ich wähle die spots an so dass ich wirklich ente habt dann gebe ich den ganzen eine position ich sage einfach nach vorne der tschuldigung tilt ein bisschen nach vorne und dann setzen wir vielleicht noch ein fan hier drauf und zwar fan und dann können wir das ganze einmal auf geben dem ganzen eine farbe meinetwegen amber und vielleicht noch im grobo wir machen kann ich design ist es einfach nur um euch zu zeigen was passiert ich recorde das hat meinen ersten q danach nehme ich einfach eine neue farbe zum beispiel weiß und dann sage ich okay wir fern das ganze noch einmal auf haben wir schon mit der farbe getan machen wir auch noch mal mit der position und dann sage ich okay wir fern wir fern wir fern das nochmal nach innen damit auch wirklich extrem wird und recorde das als meinen zweiten was ich gerade mit dem fan gemacht habe zeige ich euch vielleicht noch mal in dem ihr wenn ihr zwei paletten benutzt jetzt in dem fall nämlich weiß und rot dann seht ihr dass die farbe auch gefärbt wird das gleiche würde gehen mit position wenn ihr einen fan left right mache also links rechts dann wird sowohl der linke als auch der rechte anfangen und das ende einprogrammiert wir nehmen das fügen noch einen effekt hinzu meinetwegen noch einen effekt hinzu ich möchte gerne hier jetzt eine positionseffekt hinzufügen wir sagen ganz einfach hier wir machen einen circle und machen vielleicht etwas kleiner zu klein und speichern das dann als nächsten q ein okay jetzt habe ich mir eine kleine liste gemacht diese liste besteht aus drei qs ich mache heraus ein q timing setzte eine fade zeit ein von meinetwegen zwei sekunden okay nun habe ich hier mit diesen sechs lampen meine drei qs gefahren und gut das können natürlich jetzt noch mehr sein dann kommen wir zur nächsten venue und dort habe ich auf einmal 12 von den spots also was machen wir wir programmieren nicht alles um bemorfen ich mir klone nicht nein wir speichern einfach eine gruppe in die bereits programmierte gruppe hinein zeigt euch jetzt noch mal wie der programmer aussieht wenn ich der gruppe programmieren und zwar habe ich jetzt im programmer und dafür levels nur noch meine gruppe mit anfang und end werten ja wie das kliere das wieder gehe wieder auf mein layout und speicher jetzt einfach sechs diese sechs neuen lampen in meine bestehende gruppe hinein das heißt ich nehme jetzt diese sechs lampen und die neuen sechs lampen und rekorde diese in meine gruppe ihr seht hier die gruppe hat jetzt nicht mehr sechs sondern zwölf moving heads was passiert nun alles was ich programmiert habe mit den sechs moving heads passiert jetzt auch mit den restlichen moving heads und zwar wird es genau aufgerechnet alles gleich okay wenn ihr jetzt weiter fahrt und auf dem nächsten gig gibt es einfach keine spots da liegen jetzt auf einmal profiler okay wir tauschen aus profiler dann habe ich hier meine silence auch eine eine sehr gute jouw lampe und diese silence kann ich jetzt auch ganz einfach in meine gruppe rekorden und schmeiße die spots hinaus nun habe ich die gruppe getauscht zu silence was passiert nun auch die silence nehmen genau die gleiche programmierung an die ich vorher mit den spots gemacht habe das einzige wo ihr natürlich hier aufpassen müsst ist grobo dass ein profiler eine andere gruppe belegung hat als ein spot dass ein spot auch manchmal ein bisschen andere gruppe belegung hat ist klar dann müsst ihr eventuell eure gruppe palette tauschen das ist alles aber in der regel stimmt dies dabei natürlich auch immer versuchen die lampen mit einzupflegen also bei den lampen auch immer die gurbus an der gleichen stelle zu haben wo es geht okay jetzt sagen wir jetzt machen wir folgendes ihr sagt ja jetzt das war alles vorbereitet jo jetzt kommen nächste venue die hat keine spots keine profiler dann gehe ich in meinen patch und sage ganz einfach im patch okay ich schmeiße die hier alle raus alle lampen die ich jetzt euch in diesem video bisher gezeigt habe lösche ich jetzt aus meinem patch remove alle lampen sind weg ok jetzt haben wir nur washer jetzt komme ich wieder rein patch mir einfach neue washer wenn jemand auch mal hier jetzt und nehmen dann maverick maverick wash wash mk2 wash und packen den hier irgendwo in einem richtigen hohen modus rein zum beispiel im tour modus und wir patchen einfach mal acht stück davon die stückzahl hatten wir ja noch nicht das heißt ich habe jetzt hier oben meine spots hingehangen physikalisch müssen die natürlich dann auch an der richtigen traverse hängen für veränderungen im bereich höhe tiefe ist auch gerade ein neues tool am entwickeln das ist ein calibration tool damit ihr auch dann noch mal eure position nach kalibrieren könnt ja gehe ich wieder auf meine gruppen und sehe jetzt die gruppe hier ist leer nehmen meine neuen washers und rekorde diese hier rein so was hat was passiert das heißt die lampen machen im endeffekt wieder dasselbe nur dass natürlich kein gobo drin ist da dieses gobo in einem spot nicht vorhanden ist alle informationen bleiben aber erhalten das heißt wenn ich jetzt wieder zurück wechsel auf einen spot dann ist auch das gobo wieder da weiterhin besteht die möglichkeit wenn ihr jetzt was auf group queues programmiert habt das ganze auch wieder umzuändern das könnt ihr folgendermaßen machen indem ihr in den playback ins playback geht und wenn ihr im playback seit wenn ihr im q store seid seht ihr hier oben ein zwei neue reiter und das ist z group q set hat q ich kann jetzt jeden einzelnen q zurück rückwirkend wieder zu hat qs machen da wir ja kämpfen sind kann ich mit shift also wenn ich shift drücke ja dann kann ich hier sagen set all heads hat q oder setzte alle auf group qs das ist zum allerersten mal wichtig wenn ihr eine ältere version benutzt die keine group qs kann dann müsst ihr vorher wenn in einer neueren version kann ja mal passieren dass ihr zu einem ort kommt wo man nicht will dass abgedatet wird dann bittet vorher alle group qs in head qs zurück wandeln und dann funktionieren auch funktioniert die show auch auf älteren version ich hoffe dass wir euch in der kommenden festival saison sehr viel weiter bringen sehr viel zeit sparen sehr viel spaß machen und wir sehen uns im nächsten video danke an alle ciao